Was uns verwunderlich vorkommt, ist bei Gott Standard. Was uns übernatürlich erscheint, ist für Gott ganz normal und natürlich. Deshalb gehen Kraftwirkungen weit über das hinaus, was wir als normal und gewöhnlich bezeichnen würden. Mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zum Seminar Wirkungen von Wundern aus der Reihe der Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben mit euch gemeinsam bereits einige Gaben des Heiligen Geistes untersucht, weshalb ich gerne kurz auf die Übersicht der Geistesgaben heute komme, mehr auch nicht. Auf der nächsten Grafik seht ihr die drei Kategorien von Geistesgaben. Erstens Kraftgaben, zweitens Offenbarungsgaben und drittens Sprachengaben. Die heutige Gabe der Wirkungen von Wundern oder auch Kraftwirkungen genannt, gehört zu der Kategorie der Kraftgaben. Also beginnen wir mit der Wortstudie, und zwar zu Wirkungen von Wundern. Wirkungen von Wundern oder Kraftwirkungen, was uns im griechischen Grundtext schon bei den Gaben der Heiligen aufgefallen ist, stellen wir auch hier in 1. Korinther 12, Vers 10 erneut fest. Paulus verwendet hier einen doppelten Plural. Er spricht wörtlich von Wirkungen von Kräften oder im griechischen Energemethodynamion. Das bedeutet energiegeladene Kraft. Wenn wir uns in dieser Gabe bewegen, heißt das, wir sind energiegeladene Pakete oder würde ich sagen, kraftvolle Menschen erfüllt mit dem Himmel. Deshalb diese, wenn wir das genauer anschauen, diese Bezeichnung klingt nicht danach, als diese sich die Gabe exakt beschreiben. Denn Wirkungen und Kräfte können bekanntlich vielfältig sein, wie die Gnade Gottes vielfältig ist. Und diese Gabe wird im 9. Testament mehrmals erwähnt. Jedoch bekommen wir dabei leider keine Details, wie genau sie aussieht. Und dennoch können wir uns genau das anschauen, wie Gott durch Menschen wirkt. Erstens beginne ich in Apostelgeschichte 2, Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte Jesu von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Eine weitere Bibelstelle dazu lesen wir in Römer 15, Vers 18 und 19. Ich würde es niemals wagen, sagt der Apostel Paulus, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat, und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Und noch eine Bibelstelle aus Hebräer 2, Vers 4. Die Rede ist von Jesus Christus hier an dieser Stelle. Und wurde von Gott bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Geheimnisse und viele andere Zeichen seiner Macht, sowie dadurch, dass er uns nach seinem freien Ermessen Anteil am Heiligen Geist und seine Gaben gegeben hat. Das ist für mich, was mich sehr begeistert. Jesus Christus hat uns den Anteil an seinem Heiligen Geist gegeben und auch seinen Gaben, weil wir Kinder Gottes sind. Und weil diese Formulierungen so offen sind, laden uns dazu sie ein, in unserem Denken nicht engstirnig oder eng zu werden, sondern uns ein weites Herz zu bewahren. Das heißt, auch bereit zu sein und für die Möglichkeiten Gottes, sich neu einzulassen und neu zur Entfaltung zu bringen. Wieso? Weil wenn jemand von uns vorgefasste Vorstellungen von den Kraftwirkungen hat, lässt sie in seinem Leben auch nur in begrenztem Umfang zu, diese Möglichkeiten Gottes. Aber so wie das Leben, wissen wir, wie das Leben in seiner Herausforderung vielschichtig ist, so sind auch die wundervollen Antworten Gottes, die uns gegeben werden durch sein Wort und durch Wirken des Heiligen Geistes. Wirkungen von Wunder oder Kraftwirkungen. Erstmal möchte ich gerne die Tatsache für uns festhalten. Tatsache über die Gabe der Kraftwirkungen. Ihre Manifestationen gehen über das hinaus, was wir als normal und gewöhnlich bezeichnen werden. Also, was für mich nicht normal ist, für Gott ist normal und alltäglich. Was für uns verwunderlich vorkommt, ist bei Gott Standard. Was uns als übernatürlich erscheint oder wir empfinden, ist für Gott ganz normal und natürlich. Deshalb ist es wichtig, diese Wirkungen als solche zu erkennen und für sie offen zu sein. Ich bin bereit, mich zu öffnen für diese Kraftwirkungen Gottes in meinem Leben und durch mein Leben. Dazu lade ich dich auch ein. Wir schauen mal den Unterschied von Kraftwirkungen zu Heiligen. Was ist der Unterschied? Gabe der Heiligen und Kraftwirkungen. Und wo ist der Unterschied? Im Seminar über Gabe der Heiligen habe ich verschiedene Zugänge zur Heilung und verschiedene Möglichkeiten über Heilungsprozesse berichtet. An dieser Stelle lesen wir, dass Gott momentan wirken kann durch Kraftgaben Gottes. Das heißt, Heilung ist fast immer prozesshaft. Wenn aber Gott die Gnade Kraftwirkungen gibt, das ist normalerweise spontan, sofort veränderbar. Ein Beispiel, wie kann eine Gabe wirksam sein? Für ein oder andere braucht man, sagt er, ich möchte sofort, dass Gott Beine nachwachsen lässt oder beziehungsweise Organe neu entstehen lässt. Das ist eine schöpferische Kraft Gottes. Wenn zum Beispiel du für jemanden betest, der eine krebsbefallene Speiseröhre hat und du betest für ihn und plötzlich momentan wird die krebsbefallene Speiseröhre durch eine gesunde ersetzt. Das nennt man dann Kraftgaben Gottes. Kraftgabe komplett, schöpferische Kraft und Gott gibt den Menschen komplett neues Organ. Das bedeutet, Kraftwirkungen Gottes, so eine Möglichkeit gibt. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Heute berichtete mir eine Frau, sie hatte Jahre Probleme mit Migräne gehabt. Und sie konnte, das war unheilbar. Egal was sie angesetzt hat und was getan worden ist, hat ihr nicht weiter geholfen. Sie war schon verzweifelt und sagt, ich habe keine Perspektive, kein vernünftiges Leben. Wer Migränenerfahrungen hat, der weiß, worum es geht. Und dann war sie in einer Veranstaltung bei einer Frauenkonferenz und eine Sprecherin von vorne sagt, ich habe einen Impuls von Gott. Hier sitzt eine Person, die durch sie schon Jahre unter Migränen leidet. Und sie sagte, und in diesem Moment, augenblicklich, wurde ich sofort gesund. Das heißt, sagt sie, für mich war das absolutes Wunder. Einige sagen, es ist Heilung, sagt sie, für mich war keine Heilung, sondern absolutes Wunder, dass Gott mich augenblicklich, nicht prozesshaft, sondern augenblicklich wurde ich geheilt. Das ist so ungefähr arbeiten oder wirkt die Gabe der Kraftwirkungen. Wir schauen uns, wie war das bei Jesus. Also über Wunder reden wir heute. Wunder bei Jesus. Seine Wunder verblüften den Menschen. Wie denn? Zum Beispiel zu Hause in Matthäus, die Evangelium lesen, Kapitel 13, Vers 50. Er war zu Hause unter seinen Verwandten und sie schauten an und sagen, woher hat er das? Es kann doch nicht sein, er gehört zu unserer Familie. Und plötzlich hat er so, woher hat er das? Sie waren verblüfft. Und genauso, wenn wir Kinder Gottes sind und Gott gibt uns diesem Wunder, die wir auch weitergeben können, das verblüfft Menschen, die uns umgeben. Das war bei Jesus so. Seine Wunder bei Jesus sollten seine Gottheit bekräftigen. Das war ein Auftrag, dass Gott am Werk ist. Das ist nicht mehr menschlich, nicht medizinisch, sondern Gott ist am Werk. Ich werde ein paar Beispiele uns nennen. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Bekannte Geschichte aus der Johannes-Evangelung, Kapitel 2, Vers 6 und 11. eine Hochzeitsfeier, die Getränke gingen aus. Mit dem Wein kamen sie nicht mehr weiter. Und dann bittet seine Mutter Jesus, du kannst bitte ihnen helfen. Und er kennt die Geschichte. Jesus lässt das Wasser holen. Sie schütteten das Wasser hinein in Gefäße, in große Behälter. Aber sie mussten bereit sein, auch das Wasser zu holen, wenn nur das Wasser war, und sie zu gießen. Das heißt, auf Wunder muss man sich auch einlassen. Jemand muss auch das Wunder vollbringen. Das heißt, jemand muss ein verlängerter Arm Gottes an dieser Stelle sein. Und als sie dann zusammen mit Jesus gemeinsam das Wunder gut vorbereitet haben, einige haben die Gefäße gestellt, der andere haben Wasser eingegossen, und der andere schöpfte das Wasser. Und als er geschöpft hat das Wasser, nur dann, und brachte den weiter, dann merkte sie plötzlich, das Wasser wurde in Wein verwandelt. So geschieht mit Wundern. Es ist nicht so, dass mit Fingerschnipseln Wunder geschehen. Jemand muss sich auch dafür einsetzen, dass Wunder geschehen können. Wunder geschehen immer noch, auch in unserer Zeit. Gott braucht Menschen, die bereit sind, die Wunder auch zu vollbringen. Wir kommen wieder zu Jesus. Jesus vermehrt Brote und Fische. Johannes Evangelium 6, Vers 8 bis 14. Weil Menschen nichts zu essen hatten. In damaliger Zeit war es noch schlimmer als heute, wesentlich dramatischer. Und dann nimmt Jesus ein paar Brote und ein paar Fische, nimmt das Vorhandene, das Kleine, was die Menschen hatten, erhebt sie und sagt aber vorher den Jüngern, setzt sie bitte, teilt sie hier 50 in Gruppen, setzt sie in Reihen hin, also seid aktiv, proaktiv, gestalterisch mit mir, setzt sie in Gruppen hinein, ersetzt sie in Gruppen, und dann nimmt er das Wenige, was er hatte, betete und vermehrte das. So arbeitet Gott mit uns bis heute mit Menschen. Wir sind mit ihm unterwegs, seine Wunder zu vollbringen. Weiter zu Jesus. Jesus streicht Lehm auf die Augen eines Blinden und stellt sein Augenlicht wieder her. Johannes Evangelium, Kapitel 9, Vers 1 bis 7. Das ist für mich eine Frage immer wieder, Mann, Jesus, wieso hast du Dreck genommen? Konntest du nicht einfach sagen, wir merken hier, wir können nicht eine Methode entwickeln, so oder so oder so, handel ich, sondern souverän, wie Gott will. Wir folgen den Anweisungen des Heiligen Geistes. So, wir schauen uns mal die Wunder bei Aposteln. Wie sahen sie bei ihnen aus? Von den Machttaten des Apostel Paulus wird sogar wortwörtlich gesagt, dass es keine gewöhnlichen Machttaten waren. Und zwar in Apostelgeschichte 19, Vers 11 und 12. Auch ungewöhnliche Machttaten tat Gott durch die Hand des Paulus. Sogar seine Schweißbindungen und Tücher, die er auf der Haut getragen hatte, nahm man weg und legte sie, den Kranken, auf. Da wichen die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus. Augenblicklich war kein Prozess. Auch hier an dieser Stelle außergewöhnliche Machttaten, außergewöhnliche Wunder. Und ich liebe das im Wort Gottes, dass wir nicht nur Heilungsgaben haben, sondern Gott lädt uns ein, auch in Gaben der Wunderwirkungen unterwegs zu sein, zu seiner Ehre. Wir haben noch bei Aposteln ein Beispiel. Solche Befreiungstaten und selbst Toten auf Erweckung, zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, Vers 7 bis 12. Eutychus in Troas. Paulus kommt und predigt die ganze Nacht durch. Und der Jünger war das zu langweilig anscheinend für den jungen Mann. Und er fällt aus dem Fenster und ist tot. Und Paulus, wer er war, er predigt erstmal, dann schaut er die Jungen, macht euch keinen Stress, geht nach unten, singen den Jungen und er wird wieder zum Leben erweckt. Was macht Paulus? Er macht jetzt nicht eine Heilungsveranstaltung, sondern er geht weiter und predigt das Evangelium weiter, unterrichtet weiter. Ob nichts gewesen wäre. Also so lädt Gott uns auch ein, das Wort Gottes weiter zu predigen, parallel mit Zeichen und Wundern, die er uns gibt. Oder in Apostelgeschichte 8, Vers 39 und 40 wird über Entrückung von Philippus von Gaza nach Anaschdott berichtet. Für mich ist es so, er wurde weggebimmt. Er war unterwegs, der Füste begleitete den Kämmerer aus Äthiopien und als er seinen Auftrag erledigt hat, spricht Geist Gottes jetzt los mit dir zum nächsten Auftrag. Es ist keine Zeit jetzt, sich auszuruhen und zu genießen, die Frucht deiner Hände, sondern mach dich auf den Weg. Das heißt, er wurde weggebimmt von einem Ort zum anderen Ort. Für damalige Zeit war es undenkbar, heutzutage durch Fernseherzeigen oder Kinos wird einiges gezeigt, wie Menschen weggebimmt werden. Das ist bis heute noch nicht möglich, aber im Heiligen Geist ist auch schon damals und heute möglich, auch solche Wunder zu tun. Aus meiner Sicht sind genau solche Begebenheiten gemeint, wenn Paulus über die Gabe der Kraftwirkung spricht. Durch die Gabe der Kraftwirkung werden wir auf die Kraft des Heiligen Geistes besonders aufmerksam, weil wir das nicht selbst machen können. Wir merken plötzlich, es ist Gott am Werk, nicht unsere Leistung. Wir schaffen das nicht. Und diese Gaben übersteigen unsere Vorstellung beim Weitem. Das hilft uns, weil wir oft nur das Machbare vor Augen sehen. Mir geht das so, ich schaue ganz oft nur das, was ich kann, auf das Machbare. Wo könnte ich was machen? Diese Gabe hilft uns, weit über meinen Horizont in meine Beschränkung hinauszuschauen. Und das ermutigt uns, mich und dich, nicht die Wirklichkeit zu suchen, die wir uns selbst vorstellen, sondern wirksame Wirklichkeit des Heiligen Geistes. Diese Wirklichkeit steht uns auch zur Verfügung. Wir wissen doch, mit Jesus ist das Reich Gottes bereits angebrochen und ist auch gegenwärtig. Nun, zur Vollentfaltung kommt es erst in die Endzeit. Also, wenn du von der Endzeit sprichst, solltest du keine Angst haben, dass die Endzeit näher rückt. Das heißt, auch Kraft Gottes nimmt dann zu, damit wir das Evangelium weiterheben können. So bestätigt Zeichen und Wunder zu einem die Wirklichkeit des Reiches Gottes, zu einem und zu anderen. Lass uns dann erahnen, wie er sein wird, wenn das Reich Gottes in vollem Maße kommen wird in unserem Leben. Als Teilhaber am bereits angebrochenen Reich strebe ich immer wieder deshalb danach, dass die Kraftwirkungen auch durch mein Dienst bei Verkündung des Evangeliums oder beim Beten bei Menschen wirksam sind. Ich erlebte einiges, klar nicht wie Apostel Paulus, ich weiß nicht wie du, leider habe ich nicht erlebt wie Jesus, so viele Zeichen und Wunder, aber einiges in meinem Leben, du hast bestimmt auch einiges erlebt. Ich weiß jetzt nicht, ob das für manch ein Wunder ist, eine Person erzählte, sie war schwanger und sie kam zur Untersuchung zum Arzt und wurde Ultraschall gemacht und die Ärztin sagte, ich habe eine schlechte Nachricht für sie. Ein Baby ist tot und das zweite Kind lebt. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Eigentlich müssen beide Kinder entfernt werden. Dann kam diese Person, diese Familie in die Gemeinde und sagte, was sollen wir machen überhaupt? Wir haben Jahre dafür gebetet, jetzt haben wir zwei Kinder. Eines ist tot und eins lebt. Und der Erste sagt, das ist nicht möglich zu überleben. Okay, lasst uns als Gemeinde, als Geschwister beten um Zeichen und Wunder Gottes. Es ist wichtig für uns. Was ist mein Beitrag? Lasst uns Gott suchen, zusammen beten. Und da geschah das, wie der Professor sagte, unmöglicher. Plötzlich wurde das Kind, was tot war, nicht zersetzt im Mutterleib und nicht durch Infektion das andere Kind getötet, sondern wurde komplett isoliert im Körper. Und das andere Kind ist gesund zum Leben gekommen und das andere ist rausgekommen als totes Baby. Und die Ärzte haben erzählt und berichtet, das ist unmöglich. Das ist nur ein Wunder. Das grenzt nicht an Wunder, sondern ein Wunder. Für die Familie war das auch ein Wunder Gottes. Die Frau hat keinen Schaden bekommen und das lebendige Baby hat auch keinen Schaden bekommen, sondern das Kind kam gesund zum Leben. Und wenn du dein Leben, dein Umfeld anschaust, wie viele Wunder geschehen um uns herum. Deshalb stelle ich mir immer wieder die Frage, was kann ich dazu persönlich beitragen, dass diese Gabe in meinem Dienst Realität wird. Es ist schön, über Jesus zu lesen. Es ist fantastisch, über Paulus zu reden. Aber was ist mit mir? Wo kann ich ein verlängertes Arm Gottes sein? Und ich sagte, Gott sucht Menschen, durch die er sein Werk tun kann. Er sucht solche Menschen. Gottes Reich geht leider nie in unsere Hand über. Wieso? Es bleibt, wie das Wort selbst sagt, sein Reich. Es ist sein Reich, das Reich Gottes. Daher kann kein Christ aus eigener Kraft Wunder tun oder bewirken. Wir sind komplett auf Gott angewiesen und von ihm abhängig. Und wir arbeiten in seinem Auftrag, in seiner Kraft. Gott ist derjenige, der sein Werk an den Menschen tut. Manchmal direkt, manchmal auch mit Hilfe einer dritten Person. Und diese dritte Person ist aktiv in Gottes Willen eingebunden, indem sie im Glauben handelt. Und so eine dritte Person kannst du auch werden. Ich wünsche mir, dass ich diese dritte Person bin. Ich weiß, dass Gott direkt Wunder tun kann. Er braucht auch niemanden. Er kann auch alles selber tun. Aber er will mit uns und durch uns seine Wunder tun. Dafür will er uns. Er lädt uns dazu ein. Und ich habe mir Fragen geschrieben, was können wir persönlich tun, um eine solche dritte Person zu werden? Was könnte mein Beitrag sein? Ihr kennt bestimmt alle die Veränderungsformel. Sie heißt wählen, wagen, wiederholen. Drei Ws. Also ich wähle das, ich will das, ich wähle das. Ich wage, ich lasse mich darauf ein und ich wiederhole das immer wieder. Ich sage nicht, diese Gabe ist noch für andere gedacht. Diese Gabe steht auch uns zur Verfügung. Deswegen erstens. Wir sollten darum bitten und danach eifern, von Gott gebraucht zu werden. In 1. Korinther 14, Vers 1 lesen, Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Bemüht euch. Seid nicht passiv zu Hause und mal schauen, ob Gott mir was schenkt, sondern macht dich auf den Weg und sagt, ja Gott, ich will es. Ich will es. Und ich wage es. Und ich wiederhole, trotzdem Fehler, wiederhole ich das immer wieder. Zweitens. Was können wir tun? Nah bei Gott zu sein, hilft uns sensibel dafür zu werden, was Gott tun möchte. Aus seiner Nähe wissen wir, aus seiner Gemeinschaft, aus der Gebetsgemeinschaft, aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus, wissen wir, was er tun möchte. Und wir können in dem Moment auch diese dritte Person werden, um dieser Wunder zu tun. Drittens. Wer ein Herz für die Not des Anderen hat, macht es Gott leicht, ihn zu gebrauchen, um anderen Menschen Wunder zu vollbringen. Das heißt, ich verbinde mich mit der Not meines Gegenübers. Das hilft Gott auch, weil ich die Not ernst nehme und bete für den Menschen. Das lässt mich nicht kalt, sondern genauso wie Jesus lässt unsere Not nicht kalt und dich lässt die Not der Menschen nicht kalt. Also du öffnest dein Herz für Menschen und dann wirst du auch mit dem Herrn zusammen solche Wunder tun können. Und die vierte Voraussetzung für mich ist, ihr sagt mir, es ist wirklich möglich, dass Gott durch uns Wunder tut. Ja, wir dürfen damit rechnen. Das heißt, ich entscheide mich, ja, Gott kann auch durch mich Wunder tun. Ich habe zig Menschen erlebt, die kleine Wunder oder große Wunder erlebt haben und getan habe. Also wir schätzen nicht gering, was Gott gibt, sondern es ist möglich, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Auch ja, ist es möglich, auch durch uns. Und fünftens, wenn wir diese Punkte beachten, bleiben wir in aktiver Erwartungshaltung und haben offene Augen für das, was Gott tun möchte. Ich liebe das, dass die Menschen in aktiver Erwartung unterwegs sind. Wie oft in meinem Leben habe ich mich hingesetzt und ihm gesagt, Gott, ja, wenn du was willst, dann gibst du mir schon. Und der Herr lädt mich ein und sagt, ja, ich möchte, dass du das auch nicht nur wünschst, sondern mit mir auf dem Weg bist. Und was mache ich, wenn ich zweifle? Liebe Freunde, ich sage mir selbst, Johannes, fang an, an deinen Zweifeln zu zweifeln. Das hilft mehr, als deine Möglichkeiten, Gottes zu zweifeln. So wünsche ich auch von ganzem Herzen auch dir, dass du anfängst, ab heute an deine Zweifeln zu zweifeln. Und sag Gott, es steht mir auch zur Verfügung, weil ich dein Kind bin. Und ich kann mit dir zusammen unterwegs sein, weil ich in deiner Nähe bin, weil ich dein Kind bin. Und wir wissen, es gibt keine billige Gnade, sondern ich lasse mich auf Beziehung mit Jesus Christus intensiv ein. Und er kann und wird mit mir unterwegs sein. Und deine Familie, deine Freunde, dein Umfeld, deine Kameraden, deine Mitstreiter, wo du unterwegs bist, sie brauchen diese Möglichkeiten Gottes. Und sie erwarten von dir mehr, als du denkst. Als ich im säkularen Beruf noch war, weiß ich noch, wie oft Menschen versuchten dann, wenn ich in den Raum betrat, sagten, ganz ruhig, der heilige Mann kommt. Sie lachten, angeblich. Aber als sie alleine waren, Einzelne und Fragen haben und sagen, wir wissen, dass du direkt ein Draht zum Himmel hast, kannst du bitte für mich und für meine Familie beten. Ich befinde mich in aussichtslosen Situationen. Ich habe keine Hoffnung und keine Perspektive. Liebe Freunde, so sind wir unterwegs zusammen. Ich wünsche dir, dass du annimmst und sagst, ja, die Wirkungen von Wundern, diese Gabe von Kraft Gottes, stehen mir auch zur Verfügung. Ich würde gerne für dich jetzt beten, dass du mutiger bist und dich auf den Weg machst. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns kompletten Zugang gegeben hast zu allen Gaben des Heiligen Geistes, dass du uns Gnade gegeben hast und den Himmel für uns geöffnet hast. So bete ich für uns, ich bete für meine Geschwister, für meine Freunde, für Menschen, die auf der Suche sind und sagen Gott, gib mir das. Ich bitte dich, Jesus Christus, öffne uns den Himmel Gottes. Lass uns die Gnade Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes auf uns zukommen, dass wir nicht nur reden, sondern handeln. Menschen um uns herum brauchen Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Und wenn wir in deiner Kraft sind, Jesus Christus, das macht den Menschen auf dich aufmerksam, auf dein Reich aufmerksam. Danke, Jesus Christus, dass die Salbung kommt, dass wir zusammen Seite an Seite als Kinder Gottes, egal aus welcher Kirche, egal aus welcher die Nomination und Konfession sind, wir sind deine Botschafter auf dieser Erde, um dein Evangelium zu tragen. Wir sind dein, Jesus Christus. Und ich danke, dass deine Gnade mit uns ist. Segne uns alle mit deinem himmlischen Gnadengaben. Danke, Jesus, dafür. Liebe Freunde, wenn es das erste Seminar war, das ihr euch angeschaut habt, dann hat es mich gefreut, dich dabei zu haben. Auf meinem Kanal finden wir bereits einige weitere Seminare zu Geistesgaben, beispielsweise die Gabe der Prophetie oder Gabe der Heiligung. Schaut euch gerne um und klickt rein. Ich freue mich auf euch. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020